Shisha Bar Dortmund Enttäuschung Bruder Pfeifeenttäuschung, Frauenenttäuschung sogar Kohleenttäuschung, kein Mineral umsonst Kundeüberzogenheit Bis die Kohle da ist, schließt der Laden Junge macht ihr mit Kerzen an oder was? Preisleistung war okay aber bitte, was habt ihr für Fliesen auf Klo? Wallabilla, meine Pfeife hat nicht mal geschmeckt, hab die ganze Zeit danach gedacht Hast du nichts besseres zu tun oder was? Statt dir Gedanken über die Fliesen im Klo zu machen Meine Tochter hingeschickt, weil ich dachte war es für Rauchen, als ich gekommen bin zu Apollon, wie Disco Was das ist? Ehrlich, was das ist? Tabak hat nach Scheiße geschmeckt Kennst du den Geschmack, Bruder? Also ich kenn den nicht Aber du kennst den natürlich sehr gut Es gibt da eine, jedes Wochenende ist die Dabre, die qualmt wie der Auspuff von meiner Pusche Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht